Von der Region, für die Region. Hallo und herzlich willkommen aus unserem Studio zu einer neuen Ausgabe von Kufstein TV. Mein Name ist Albin Winkler und ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen. Mit diesen Themen starten wir in den August. Volltreffer. In Münster fand auch heuer wieder das allseits beliebte Feriencamp statt. Power Duo. Das ambitionierte Singer-Songwriter-Tandem Tier-Decline im QTV-Band-Porträt. Streetball. Das 3x3-Finale am Fischergrieß bot packende Basketball-Action. Das Feriencamp in Münster ist für alle fußballbegeisterten Kinder in der Region Jahr für Jahr ein besonderes Highlight. Über mehrere Tage hinweg stellt ein engagiertes Trainerteam jedes Mal ein abwechslungsreiches Programm zusammen, bei dem das runde Leder stets im Mittelpunkt steht. Unsere Eindrücke vom Feriencamp 2024 gleich nach der Werbung. Egal ob Sie Filme streamen, im Internet shoppen oder an Online-Meetings teilnehmen, surfen Sie unbeschwert im Netz mit den unschlagbaren Tarifen von Kufnet. Das ultraschnelle Internet überholt alle und kommt bis zu Ihnen nach Hause. Norddeutscher Rundfunk 2021 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 Das vom SC Münster organisierte Feriencamp Bauert bei Tiroler Immobilien ist in der Sommerzeit eine echte Institution. Auch heuer meldeten sich wieder Dutzende Fußball-Cracks für das beliebte Camp an. Der Hauptpunkt beim Feriencamp ist, die Kinder sollen natürlich Spaß haben an dem Ganzen, was sie machen mit Fußballspielen bei uns. Und natürlich auch Spaß haben mit den Trainern, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, aufgeteilt ist das ganze Vormittag, aktives Training zu machen mit unseren ausgebildeten Trainern. Und nachmittags sollen sie eigentlich mehr Spaß mit den Trainern dann haben. Vorher haben wir wieder besondere Highlights da mit dem Soapsoccer zum Beispiel oder dem Sockertout, was sie haben. Und da können sie sich noch richtig ausbauen. Betreut wurden die Kinder von einem zwölfköpfigen Trainerteam. Ja, ich habe selber zwei Kids da bei den Feriencampen. Das ist eine tolle Sache für das Kind und für die Erwachsenen. Für die Kinder ist es super, sie sind die ganze Woche an der frischen Luft, haben Bewegung. Im Schultag haben sie das nicht auch so. In den Ferien ist das super für die Eltern, die was berufstätig sind, weil sie die ganze Woche eigentlich die Kinder abgeben können. Und ihnen einen Job nachgehen können, weil in den 9-Wochen-Ferien, was sie haben, ist das für manche Eltern sehr schwer zu handeln. Die Mittagspause ist eigentlich dann für die Kinder die Zeit zum Chillen. Da können sie auch wieder ein bisschen runterkommen vom Trainingsvormittag. Haben dann eben die Möglichkeit, entweder selber auf dem Fußballplatz ein bisschen weiter zu spielen. Manche, die, die schon ein bisschen älter sind, die machen schon ihre ersten Partys in der Kabine. Da gibt es ein bisschen Musik und dann wird auch schon gefeiert. Und natürlich, wenn das Wetter ganz optimal ist, so wie heute, dann ist natürlich eine Abkühlung drüben im Freibad das Ideale für unsere Kids. Wie gewohnt waren die Tiroler Immobilien, Hauptsponsor des Feriencamps. Wir sind also seit Anfang an Partner dieses Jugendcamps da in Münster. Der Benni und sein Team organisieren das ja blendend. Und ich habe gerade erfahren, dass wieder 60 Kinder am Start sind und es ist eine große Freude, den Kids da beim Spielen zuzuschauen. Gerade in der Ferienzeit, wo die Betreuung auch für die Eltern, bin ja selber Papa, etwas herausfordernder ist, wissen wir, dass das ganz ein tolles Angebot für Kinder, aber auch, glaube ich, für die Eltern ist. Und bei dieser tollen Location ist das, glaube ich, ein ganz tolles Angebot, das der SC Münster da bietet. Ich würde mich freuen, wenn auch nächstes Jahr beim Camp wieder das so gut anläuft, wie es heuer war. Ich glaube, innerhalb von weniger Wochen war das Feriencamp mehr oder weniger sofort ausgebucht. Und wünsche dem SC Münster in diesem Sinne für nächstes Jahr genau den gleichen Erfolg. Und ja, Gratulation auch von meiner Seite. Nächste Woche auf Kufstein TV. Hanna und Maximilian aus Kufstein haben bereits im Alter von neun Jahren ihre eigenen Kompositionen geschrieben. Bekannt ist das Singer-Songwriter-Duo schon seit längerer Zeit unter dem Namen Tier die Klein. Trotz ihres jungen Alters erhielt das Gespann bei der letzten Nacht der Kunst bereits den Ehrenpreis der Stadtgemeinde Kufstein. Hi, ich bin der Max. Ich bin die Hanna. Wir sind Tier die Klein, ein Kufsteiner Indie-Pop-Duo. Und ich frage es heute ein bisschen mehr über unsere Musik und über unser Privatleben. Wir freuen uns sehr, dass Kufstein TV uns eingeladen hat. Die einflussreichste Person in meinem Leben war sehr viele. Ich würde sagen, aktuell vielleicht meine Oma. Was war dein Traumberuf als kleines Kind? Ich glaube, das war tatsächlich auch schon Musiker. Nicht, dass ich etwas vorerst sage, als es war sicher mal Feuerwehrmann oder so. Aber ich glaube, es war tatsächlich schon Musiker, ja. Wenn dein Haus in Flammen stehen würde und du könntest nur einen Gegenstand retten, welcher wäre das? Ich glaube, in meiner jetzigen Lebenssituation mein Laptop, weil da einfach alle meine Daten, alle Songs drauf sind. Alles, was irgendwie digital jemals von mir gemacht hat. Was würdest du drei Tage lang ohne Strom machen? Ich glaube, ganz viel Musik, weil es nicht viele Alternativen gibt. Ich habe leider außer Musik und Sachen, die mit Strom funktionieren, nicht wirklich viele Hobbys. Deswegen ist es bei mir auf jeden Fall Musik. Würdest du gerne von Musik leben können? Ich glaube, es geht uns beide so, dass das irgendwie schon cool war, wenn man da eine Basis hat, von der man einfach gut leben kann. Dieses Musik-Genre geht gar nicht. Ich möchte prinzipiell sagen, dass ich finde, dass jedes Genre seine Berechtigung hat. Und ich alles wertschätzen kann, aber was ich persönlich gar nicht mag, ist Diet-Rap. Ich weiß nicht warum, aber das mag ich einfach nicht. Wofür gibst du am meisten Geld aus? Geil für Aufnahmetechnik. Was steht in Zukunft musikalisch an? Ja, das passt jetzt eh dazu. Ja, wir wollen auf jeden Fall weitere Songs ausbringen. Und langfristig auch ein Album. Ein Datum können wir leider nicht nennen. Aber es ist auf jeden Fall unser Plan, dass wir ganz viele neue Projekte machen. Wir sehen uns jetzt mal beim Auftritt von uns. Falls ihr ihn konsoliert gefallen hat, uns gibt es unter Teardeklein auf alle gängigen Streaming-Plattformen. Danke fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns ja mal beim Auftritt von uns. Bis bald! Nächste Woche auf Kufstein TV. Erstmals fand heuer in Kufstein das 3x3 Basketball-Finale der Österreich-Tour statt. Zwölf Teams kämpften dabei nicht nur um den begehrten Titel King of the Castle, sondern auch um ein lukratives Preisgeld. Was am Fischer Griers zu abging, sehen wir uns im Anschluss an die Werbung an. Werbung! Wow, wo hörst du denn tollen Fernseher? Ja, vom Elektro-Center Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. Bis bald! Bis bald! Bis zum nächsten Mal. Die Kufstein-Dauers waren kürzlich Gastgeber eines speziellen Basketball-Durniers. Heute haben wir das große 3x3-Finale, Österreich-Finale, mitten in Kufstein. 3x3 ist eine olympische Trendsportart. Basketball auf einem Korb, zwei Teams mit jeweils drei Leuten, die gegeneinander spielen. Und da dürfen wir heute in Kufstein, mitten in Kufstein, das Österreich-Finale austragen. Doch was genau ist das Besondere an diesem Spielmodus? Es ist ein deutlich schnelleres Spiel. Man spart sich die ganze Distanz, was man sonst hat, auf einen anderen Korb zu. Zeichnet sich dadurch aus, dass man eben extrem schnell spielen muss, wurfsicher sein muss. Es dauert nur ganz kurz, das Spiel, entweder 10 Minuten oder bis 21 Punkte. Aber man braucht immer wieder Pausen und es ist extrem, extrem intensiv und körperlich anstrengend. Bei dieser intensiven Spielweise gibt es nur ein Motto. Einfach immer Gas geben und immer dahinter sein. Immer dahinter sein, dass man aufbekommt, wo man möchte. Der neu entfachte Basketball-Hype in Kufstein geht vor allem auf die Erfolge der letzten Saison zurück. Letztes Jahr war eine Megasaison für die Pirlo-Kufstein-Towers. Wir haben in den Finalspiele über 700 Leute in der Kufstein-Arena gehabt. Es war wahnsinnig, Basketballstimmung, tolle Events. Wir haben jetzt über den Sommer viel gearbeitet und sind für die neue Saison, die im September startet, wirklich schon sehr motiviert. Auch die Zuseher waren von 3x3 begeistert. Wieder mal ein Ereignis sehe ich, relativ interessant. Ich finde es gut organisiert, auch mit den ganzen Sponsoren. Dass die Kurssteine das auch zulassen am Fischergrösser sind, ist eigentlich eine ganz coole Aktion. Natürlich wurde bei diesem Zusammenkommen auch über die nächste Towers-Saison gesprochen. Wir haben große Erwartungen. Wir waren letztes Jahr im Halbfinale. Jetzt wollen wir natürlich den ganzen Weg gehen und die Meisterschaft erringen. Wir haben jetzt schon ein, zwei coole Zugänge, die wir bald verkünden dürfen. Die sind teilweise heute schon da und machen heute einen guten Eindruck. Und ja, das Ziel ist Meisterschaft und regelmäßig eine volle Kufstein-Arena, hoffentlich. Am Ende war das 3x3-Turnier am Fischergrieß. Ein Erfolg, der nach Fortsetzung schreit. Ich glaube, so ein Event wäre nicht möglich, wenn wir nicht viele Unterstützer hätten. Die Stadt Kufstein unterstützt das sehr, sehr gut. Wir haben sonst auch mit Craft, unserem Ausrüster, einen tollen Supporter. Ganz, ganz viele Unternehmen aus der Region, die uns unterstützen. Kufstein-TV natürlich auch, sind wir sehr happy. Und von dem her ist es ein tolles Event, über das wir uns sehr freuen. Damit verabschieden wir uns schon wieder für diese Woche. Im Namen des Q-TV-Teams bedanke ich mich fürs Einschalten und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, ciao, euer Albin Winkler. Vielen Dank.